Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier wieder drin. Wir haben ja letztes Mal die Nacht hier gehabt, wo da denken Sie, wir können ja hier diesen mit Algen betriebenen, so, ne, das ist gar nicht der mit Algen betriebenen, den forschen wir gerade. Okay, dann müssen wir da noch eine Runde warten, lassen wir mal gerade weiterlaufen. Das heißt, wir sind noch nicht so weit, müssen gerade schauen, dass wir, ne, dann, die bauen hier auf jeden Fall Dingens. Wir haben ja hier noch liegen, was wir wegräumen müssen. Dornenblüten, Samen und Ziegel, das heißt wir, die sind leider doch noch nicht so weit. Wir sollten aber gucken, dass wir auch noch ein weiteres Bett kriegen. Ich muss mal gerade hier was umstellen, weil ich noch eine schicke Tasse mit Kaffee hier habe, aber die steht mir gerade beim WASD im Weg, damit ich hier mich bewegen kann. Gut, hier oben war ja ganz viel Sauerstoff. Ich glaube, wir brechen ja hier durch, ne, weil da sind auch noch Sauerstoffblasen da. Ich glaube, wir bauen hier mal schnell eine Treppe hin, die da hoch geht. Machen wir hier so, oder hier so. Machen wir hier so. Gucken, dass die das fertig kriegen, weil dann kommen wir auch an Nahrung dran, die da oben ja auch schon ist, ne. Da können wir hier mal einstellen, dass wir die auch ernten wollen, denn das ist ja auch Essen dann. Da müssen wir unbedingt auch dran, ne, an Nahrung, aber das geht ja halt nur mit den Pflanzenkübeln. Hier geht es ja schon voran und dann würde ich sagen, graben wir hier auch gleich das daneben und da können wir dann auch schon mit Ziegeln hier mal so arbeiten, damit wir wissen, wo wir sind. Aber mehr machen wir da nicht. Hier unten war noch ein bisschen nicht atembare Luft, aber der Großteil ist atembar und das macht ganz viel Sinn, dass wir das da gerade aufmachen. So, er bringt schon Ware oder was? Ne, er baut sogar da schon was ab, aber das ist auch nicht schlimm, weil dann geht die Luft, fällt dann da ja auch runter. Oder? Weiß ich gar nicht, doch der Kohlenstoff, naja, der würde ja jetzt nicht so viel bringen dann, aber ist egal. Läuft. Wie sieht es denn hier so weiter aus? Strom, jetzt brauchen wir nicht gucken, das ist hier unten auch noch nicht überlastet. Das ist die Temperatur, die ja, oh, da oben jetzt wärmer, alles klar, da müssen wir dann aufpassen. Hier sind Rohstoffe, Licht, äh, Licht ist da oben drinne, tatsächlich, diese zwei Viecher. Flüssigkeit haben wir nur da unten, die Wasserpumpe, äh, die Handpumpe, das ist Klima. Hier haben wir unsere Wohlfühlbereiche, da müssen wir natürlich hier noch aufräumen, damit das alles schick wird. Ah, die Wälder sind noch fertig. Hier müssen wir nochmal nach Ringens gucken. Keime, keine da, das ist schon mal super. Landwirtschaftliche Overlay haben wir nichts. Und dann sind noch die Räume, die zwei, die wir schon geschafft haben, super. Äh, okay, wir haben keinen, der da forscht. Warum nicht? Keine Forschungspunkte ausgewählt, das ist unser größtes Problem. Dann ist es schon fertig, oder was? Komm, zack, machen wir Pumpe. Haben wir schon fertig, tatsächlich, cool. Dann machen wir Pumpe und dann, ah, hier unten sehen ja auch die Symbole alle dran, ne? Das heißt, das Algenterrarium machen wir definitiv mal gerade hier so hin, weil dann haben wir da ja schon mal, äh, die Möglichkeit. So, wie müssen wir das hier basteln? Zwei, drei, da lassen wir was frei und machen da weiter. So, da kriegen wir die Kübel, das ist schon mal gut. Hier oben wird auch Nahrung gerade abgebaut, oder? Ja, ja, das ist auch gut. Jetzt wächst der aber nicht mehr, ne? Naja, ist nicht schlimm, das kriegen wir auch wieder in den Griff. Und der Kompost, der käme da hin, würde ich sagen, ne? Äh, lass mal da, ne, mach mal da am Boden erstmal länger. Das müsste klappen, das dann später, ne? Und da können wir das abbauen und das können wir auch abbauen. Ich glaube, da müssten die das auch bauen können, ne? Ah, da schau her, unsere Kübel sind schon da. Wir machen da mal ganz schnell Pflanzen rein. Dann haben wir die ersten Nahrungsküllen, die da laufen, ne? Die müssten hier oben ja liegen, ne? Meerholzsamen ist schon da. Hier ist vielleicht auch einer, ja. Oh, dritter geht auch schon. Dann pflanzen wir den natürlich auch, damit wir Essen kriegen. So, Youngwee hat ein Level-Up. Äh, aber Level-Up würde hier sein, aber es war doch kein Level-Up. Dann hat er hier nur was gekriegt. Okay, dann kommt bald eine neue Stufe wahrscheinlich. Wie sieht's denn bei allen aus? Ja, das sind ja immer hier so Einzelschritte, ne? Okay, wird werden, denke ich mal. Wir kriegen das schon hin. So, Samen können wir einmal hier reinmachen. Alle Samen da rein. Ja, alle Samen, die wir haben, kommen da erstmal rein. Und dann können die auch weiter aufräumen, ne? Das ist dann wichtig. So, da können wir dann den Kompost noch hinbauen. Haben wir hier noch eine Nahrungstruhe. Die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Äh, war das nur bei der Kompostveredlung. Der kommt da hin. Und dann graben wir hier noch ein Stück weiter weg. Das wird schon werden, oder? Gehe ich von aus. So, wie sieht's mit dem Sauerstoff aus? Der kommt auf jeden Fall da runter, wie man sieht. Das heißt, hier wird's auch schon bläulicher. Alles ist im grünen Bereich dann bald. Hier unten wird natürlich ordentlich gemacht. Äh, ja. Eigentlich müssten wir jetzt hier mal gerade ausschalten, oder? Äh. Gebäude deaktivieren. So, der ist erstmal aus. Weil wir haben ja Sauerstoff gerade gemacht. Ohne Ende kriegen das von oben. Also macht das keinen Sinn mehr, wenn er da die ganze Zeit läuft. Er möchte jetzt nicht mehr laufen. So, da haben wir tatsächlich noch einen Pflanzensamen. Und da haben wir auch noch einen. Das ist ja richtig cool, oder? So, das war noch die Essenstruhe. Ich glaube, die brauchen wir eigentlich nicht, weil wir die da haben. Aber man könnte natürlich schauen, dass man das trennt. Okay, wir machen hier jetzt auf jeden Fall auch Sauerstoff. Da gibt's Kohle. Die können wir, glaube ich, noch nicht wegräumen. Ja, verbrauchte Erze, Tier, Samen, Aromatrei, organisch. Wo ist, äh, nährstofffrei, Metall, Landwirtschaft, Filter, ich weiß nicht, wo Kohle zukommen sollte. Äh. Ah, tatsächlich verbrauchbare Erze. Wenn das so ist, dann machen wir das so. So, aufräumen ist, wie gesagt, wichtig, damit die hier zufrieden sind. Vor allem in ihrem Bereich. Aber das haben wir ja schon alles ausgewählt. Ja, gucken. Äh. Jetzt brauchen wir noch ein Bett. Das ist das Nächste, was wir machen sollten. Hier könnte der da noch weg, oder? Und dann können die da auch was weiterbauen. Will ich hoffen. Kommt die da nicht rüber? Doch, zwei Stufen gehen, ne? Er kommt doch schon, oder? Sauerstoff ist auf jeden Fall hier jetzt. Das ist mir wichtig, dass das da ist, damit das davor angeht, ne? So, dann könnte jemand da die Decke bauen, aber die kann man ja auch von der anderen Seite bauen, ne? Indem man da gräbt. Geht dann, oder? Hier sind wir ans Eisen gekommen, deswegen sind wir da hinten am Bohr stellen. Okay, da wird jetzt der Boden da unten gemacht. Ich hätte gerne das da oben gehabt. Wir können aber hier noch... Ja, wir können sowieso, weil wir kommen ja da oben dran, dann können wir das da auch wegarbeiten. Und bauen da den Boden hin. Der da ja sowieso komplett noch fehlt. So, desinfiziert wird, das ist wichtig. Die beiden sind am Essen, also Nahrung ist schon mal da. Hier unten... Was brauchen diese Pflanzen, damit die besser wachsen? Temperatur 10 bis 30 Grad. Das ist alles da, was man brauchen könnte, ne? Glaube ich. Wir müssen es nur optimieren, vielleicht. Ja, und hier ist irgendwie das mit der Pumpe noch ein bisschen doof, ne? Kann man die auch tiefer setzen? Kann man auf jeden Fall, ne? Sanitär, die Pumpe... Nee, konnte man nicht... Alles klar, oder? Doch, kann man. Dann kommt die auch ein tiefer. Zack, zerlegen. Und die nehmen wir dann nochmal und bauen die etwas tiefer. So, dann kriegen wir das nämlich auch da oben mit dem Dingens hin. Mit dem Boden hier richtig auf jeden Fall, dass das so ist. Das hätte ich nämlich gerne dann. Da oben ist einer besser geworden. Das ist schon mal cool, wenn man einen Levelaufstieg hat. Diese Person ist auch schön am Arbeiten, die da Nachtschicht macht. Die Julia. Nee, Jean heißt sie. Okay. Wie sieht es mit unserem Sauerstoff aus? Da ist alles gut. Die sind am Aufstehen. Und wir müssen gucken, dass wir noch ein Bett kriegen, ne? Das läuft. Die sind da ordentlich am Arbeiten. loben sich gegenseitig. Das ist auch cool. Genau. Und wir räumen da definitiv auch auf. Wir können da noch eine Tür machen. Auf jeden Fall. Wofür der Raum dann gut ist, weiß ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Aha. Dann können wir hier abreißen. Weil der Raum kann ja dann einer bleiben, ne? Zerlegen. Zerlegen. Und auch das zerlegen. Das wird ein großer Schlafraum dann. Und da können wir gleich schon ein Bett bauen. Möbel. Bett. Einmal bitte. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ich mache erstmal eins hin. Da sind dann sechs Stück am Schlafen, ne? So. Sind auf jeden Fall da am Arbeiten. Was macht der Sauerstoff jetzt hier? Okay, der ist noch nicht so top, aber wird werden. Müsste man den da reinlassen? Wahrscheinlich. Jetzt macht die Forschung. Die ist fast fertig. Danach sollten wir schauen, dass wir diese Sachschon-Filter kriegen in der Wand. Gitterziegel. Wenn und Wände und Böden für Räume zu bauen. Letzt Flüssigkeit und Gase durch. Der wäre es jetzt nicht. Wir brauchen diesen wahrscheinlich. Luftdurchlese Ziegel. Okay, aber wir können ja auch hier unsere erste. Ne, wir bauen erst das zu Ende, bitte. Die Forschung dafür. Aber hier ist kein Strom da. Ah, wir brauchen also doch Strom. Aber wir können Gebäude aktivieren. Und dieses müssen wir natürlich deaktivieren. Macht Sinn, weil wir ja Strom dahinter hängen haben, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Kriegen wir aber auch hin. Die Pumpe kommt auf jeden Fall gerade. Wenn die Pumpe doch schon da ist, dann können wir da drüber graben. So, jetzt gibt es auch wieder Wasser. So, dann können wir hier den Ziegel ein-runterziehen. Und auch die Tür dahin setzen. So ist das doch schon mal cool, oder? So. Hier fehlt uns noch ein Dingens. Also fehlt nicht, aber wir können da einen bauen. Hier können wir die Alge abbauen. Und die haben wir dann auch. Strom wird produziert, dass es ausgeforscht wird. Läuft jetzt wieder. Das läuft, glaube ich, von alleine, ne? Aber wir können jetzt hier auch definitiv mal da weiter reingehen. Okay, jetzt kam die Forschung. Wir haben das Rohr. Da können wir Leitung machen. Eine Brücke für Rohr. Die Wasserpumpe. Und den Auslauf. So. Das ist schon mal cool, ne? Wir können also Wasser hin und her pumpen. Müssen dann überlegen, wo wir das machen oder wo wir was machen. So, aufräumen ist nicht so deniers, ne? Glaube ich. So, mach doch mal was. Hier ist schon was wieder möglich. Die brauchen nirgends, oder wie sehe ich das? Wachstum-Gestopp-Beleuchtung. Okay. Was steht denn mit Strom hier am Tagesort noch? Noch nix. Wir brauchen noch Lampen, die wir forschen, damit wir das dann auch machen können, ne? Allerdings sollten wir dann auch hier Grabungen tätigen. Und das kann da auch weg. Und das, das und das machen wir auch mal weg, damit wir wieder Erz kriegen. Kupfererz. Die sind hier schön am Arbeiten. Dann müssen wir überlegen, was wir da noch raus machen. Aber da wird eine Dusche oder sowas machen wir ja. Hier im Badezimmer wird das kommen, ne? Da haben wir Waschzuber. Das können wir zum Waschbecken machen. Aber das bauen wir dann vielleicht hier hinten erst aus. Da ist das Wasser. Und da ist das Wasser. Das müssen wir hier loswerden, ne? Das bedeutet, hier müssten wir eigentlich zusehen, dass wir hier eine Pumpe hinkriegen. Kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Also auf jeden Fall können wir hier noch eine Reihe wegziehen. Dieser Raum ist jetzt hier der optimale, ne? Das bedeutet, wir bauen da vielleicht schon einen hin, damit wir wissen, dass es da demnächst fertig sein muss. Die sind schon ordentlich am Arbeiten. Forschen, bitte. Haben wir keine Forschung, ist fertig wahrscheinlich. Ja, haben wir ja auch eben gekriegt, ne? Da war das, ne? Genau, der luftdurchlässige Ziegel, das war unser Ziel. Den wollen wir haben. Forschung sollte wieder gehen. Wasser wird gemacht. Äh, ja. Jetzt müssen wir dann überlegen. Wir haben noch ein Bett frei. Wenn einer kommt, dann kriegen wir den auch. Wie weit ist er? Oh, er ist auch schon fast voll. Da wird bald einer kommen. Dann kriegen wir das hin. Hier ist auch einer von diesen Sachschon. Ne? Genau, die meine ich. Den könnten wir eigentlich entwurzeln, wenn wir da unten einen neuen Trog gebaut haben. Äh, entwurzeln. Jetzt wird das natürlich als erstes wahrscheinlich gemacht, ne? Nein, doch nicht. Okay, wir können hier aber auch noch weiter. Ah, das machen sie ja wahrscheinlich. Und hier ist ja eigentlich auch kein Problem, was zu bauen, oder? Die Decke käme da hin, oder? Zwei, vier, ja. Können sie eigentlich machen, oder? Okay, und da geht es dann nicht. Also wir können da was bauen und wir können noch jemanden reinholen. Dann schauen wir uns das doch mal an die fünfte Person. Wir hätten Heilpillen, die wir dann nicht so brauchen. Wir haben ja drei Leute, die Medizin können, die Kochkunst, Tierzucht und Athletik haben. Das sieht nach einem Favoriten aus. Medizin und Tierzucht. Keimresistent erhöht, Stärke erhöht. Was kann und kann nicht bauen. Das ist gut. Allergische Reaktion beim Blumenduft. Will ich nicht haben, will ich nicht haben. Also ist das schon definitiv da. Die Niesen ständig und überall. Ich weiß nicht, ob das für die anderen unerträglich ist oder irgendwie sowas. Deswegen nehmen wir Max. Max ist cool. Max hat dann auch sein Bett da schon. Max müssen wir jetzt aber hier bei der Zeitplan irgendwo anders mit einplanen. Max kommt dann hier hin. Würde ich sagen, ne? Genau. So, dann haben wir Max auch am Arbeiten. Wo war der Pflanzkübel ist hier. Den machen wir da hin. Und das ist schon entwurzelt. Da sind sie ja fix, muss man sagen. Das bedeutet, wir können hier schon so bauen. Und da geht es nicht wegen der Pflanze. So, Forschungsziel ist dann schon wieder angestoßen. Da können wir auch was machen, oder? Max kann ja, grillen, kochen, essen machen, also. Harold ist irgendwie auch aufgestiegen. Kann schweres Graben machen. Sie oder er, ne, Hassan ist das. Hat hier seinen Fokus. Und Jean kann medizinische Präparation oder verbessertes Bauen. Also, ist das schon mal Fakt. Dann gehen wir auf Prioritäten und gucken da mal rein. Ne, ne, Angreifer brauchen wir nicht. Sondern auch der ist schon da. Dekorfähigkeit brauchen wir jetzt nicht pushen. Forschung können wir da pushen. Und Max ist unser Koch. Den pushen wir jetzt da. So, hier die Dame. Jean hat nix, kann aber bauen. Wer gräbt? Keiner. Lassen wir erst mal so. Alles erst mal gut. Würde ich sagen. Gut. Der Kübel ist noch nicht fertig. Hier können wir was reinmachen. Aber wir haben noch nichts, was wir reinmachen müssen, weil alles da ist. Hier oben wird was gebaut. Sehr schön. Dann würde ich jetzt hier noch vielleicht reinarbeiten wollen. Und dann weiter gucken. Soweit sieht's gut aus. Er ist am Essen. Das Aufräumen ist natürlich ein großes Thema dann. Er macht gerade sauber. Wir haben Strom in der Batterie. Es wird geforscht. Was wollen wir mehr? Essen ist jetzt hier schon am Wachsen. Das ist also auch gut. Hier oben könnte es ein bisschen mehr mit Licht sein. Wir können ja mal die Treppe ein bisschen hochziehen. Ich glaube noch eins. Und dann machen wir hier schon da so und so und so. Dann ist das schon mal angedeutet, wo wir los müssen. Vielleicht kommen diese Dinge ja mal runter. Wäre ja auch cool, oder? Hierhin vor allem dann. Ja. Nahrungsversorgung ist gegeben. Sauerstoff können wir anmachen, wenn es sein muss. Muss aber gerade nicht sein, hätte ich gesagt. Aber so wie es aussieht, muss es hier unten ja doch sein. Aktivieren wir das Gebäude mal. Ja, da oben fängt sich das jetzt alles, ne? Ist jetzt vielleicht nicht top gewesen. Da oben erst fiel es natürlich runter, aber dann nicht mehr hoch. Die Nachteule ist am Arbeiten. Das passt also. Hier sind wir, glaube ich, mit allen Dingern soweit, dass wir da was machen. Lüftung ist noch nicht. Ist aber in der Forschung, glaube ich. Das mit dem Wasser ist geklärt. Das mit dem Wasser ist definitiv so, dass wir das hier hin machen. Ja, auf jeden Fall. Gehen dann mit der Rohrleitung hier rüber. Aber die können wir nicht so legen. Sondern legen die so. Ist auch nicht schlimm, wenn wir hier schon lang gehen. Und da machen wir einen Ausguss hin. Dann ist das schon erledigt, sozusagen. Dann nehmen wir noch eine Stromleitung und basteln die da dran. Und dann haben wir das auch. So, das, was wir machen wollen, ist schon geklärt. Wir müssen nur dann da gucken, dass wir da hinkommen, ne? Zum Bauen. Ja. Ich glaube, den können wir noch wegnehmen. Und den eigentlich auch. Hier ist ja keine schlechte Luft in dem Sinne drin, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht nachher voll läuft. Aber wir brauchen Wasser. So weit, so gut. Graben. Wäre dann auf jeden Fall hier gegeben. Und da. Wir machen das mal so. Ziehen die Leiter doch noch weiter hoch. Weil sonst kommen sie ja auch gar nicht rein, ne? Und dann müssen wir mal schauen. Also sind natürlich sofort dabei, ne? Das ist so ein Ding für die, ne? Die bauen das gleich. Gut. Müssen wir dann schauen. Hier kann man nicht bauen, ist klar. Da ist aber auch das ganz viele Wasser. Das bedeutet auch hier mal ganz schnell das Zubauen, ne? Noch einmal Glück, dass das Wasser nicht da durchkommen wird. Äh. Wird aber auch schon priorisiert, oder? Wie sehe ich das? Ne. Wird erstmal da die Leitung gebaut. Okay. Er wird gleich nasse Füße kriegen, auf jeden Fall. Also hier wird es nasse Füße kriegen. Geben. Würde ich sagen. Wir haben keinen Flaschenendelehrer. Den müssen wir auch noch bauen. Okay. Er hat jetzt die nassen Füße. Ah, er ist darüber gesprungen. Okay. Hier oben wird auch gebaut. Hier wird verteilt, um die Leitung zu bauen. Da sind wir auch ganz groß schon drin. Was haben wir denn hier? Lüftung ist fertig. Okay. So, Lüftung bedeutet, wir bauen hier eine Pumpe hin. Definitiv. Die dann hier die Luft noch da bringt. Ja, und dann noch da. Da möchte ich es auf jeden Fall haben. Aber hier und da natürlich auch. Und da bauen wir die Röhre auch noch hin. So, das ist dann aber auch schon wieder reichlich, ne? Drei Sachen. Gasbrücke brauchen wir jetzt nicht. Müssen wir nur mal einmal anklicken, damit das Ausruhenzeichen verschwindet. Und Forschung läuft gerade wieder nicht dann. So, da sind wir dann bei den Dingern. Gut. Ja, das macht den Ersteindruck schon mal, dass es vorangeht. Wir haben Nahrung, wir haben Sauerstoff, wir brachten gerade tatsächlich schon eine Klimaanlage. Und, äh, ja, damit sind wir schon ordentliche Schritte am Vorrang kommen. Ich denke, für die Folge soll es erstmal hier wieder reichen. Die müssen dann auch aufräumen. Und, äh, ja, das ist bei denen wohl immer schwierig mit dem Aufräumen. Wir haben immer schon ziemlich viele Sachen hier, die da gehen. Sollte man da noch die Treppe ein bisschen höher bauen, machen wir gerade noch schnell, ne? Ah, das Spiel ist wirklich so, dass man immer wieder gerne möchte. Ja, Leute, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt für das nächste Video, das ich hochlade. Kommentare gerne willkommen. Schreibt rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, damit man es ändern kann. Alles klar, würde ich dann sagen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.